Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Link auf Letz und Wurf, mit dabei der Patrick. Hallo. Und hey ho, let's go. Hey ho, let's go. Hey, den die Olga. Oder auch nicht, weil die Leute übernimmt an. Bestimmt halt. Äh. Weil es helfen ist, wenn das zu oft passiert. Manchmal backt das rum und dann kann man selber nicht mehr annehmen. Kaktus. Ich hab Kalista. Weißt du, wie lange ich schon keine Kalista-Mengeschne? Oh, Junge, da wollte ich grad nicht von Kampus hinschicken. Rolle jetzt. Ich hab Cutter, das ist genauso kacke. Cutter ist aber ziemlich stark, aber man muss nicht spielen können. Ja, aber ich kann mit Cutter nicht umgehen, so gar nicht so. Hast du denn schon, in Anführungsstrichen, die neue gespielt? Nee, ja, doch. Ich glaub schon. Weißt du, was? Ich glaub, du im Dank hast. Ich stehe auf den Dank. Dank. Hä, das ist auch so sehr wohl jetzt in Strauss. Ja. Ich hoffe, ich bin ein guter Karte, der schon sterbt nicht die ganze Zeit. Also, wenn unser, ähm, ähm, Twisted Fate jetzt ein bisschen clever in dem Köpfchen drinne rein ist, hänk' ich da auf AD. Ich muss nicht... Wer denn in unserem, in unserem, in unserem Köpfchen drinne rein ist? Ja. Rinnne rein. Die müssen sich halt einfach nur fucking MR holen, ohne Ende MR stacken und wir können alle kein Damage mehr machen. Das ist halt wirklich so. Und die haben den Laui, Alter, die gehen einfach voll auf MR und denkst so, ah, I give a fuck. I don't give a fuck. Oder Brown, der denkt sich auch einfach, ich stell mich davor und hol mein Schild raus. Hol mein Schild raus, Junge. Und dann sagst du einfach so, nö, ich schmeiß dich in unser Team rein und er eben so, okay, Ulte, BAM. Ich weiß noch nicht genau, was die Laui macht an Damage, aber ich glaub, AD. Ja. Hast du auch hier einen, äh, Laui-Spieler an der Hand? Ich hab die auch schon mal gespielt, die ist einfach mega brocken, aber ich hab trotzdem verloren. Mach ich denn zuerst? Ich glaub, zuerst schmeiß ich den Typen hinter mich, ne? Kannst auch Gift machen, um Minions zu farben, direkt am Anfang. Kriegst Beruf genug Geld. Ab nach oben. Wiii. Hallo. Hallo. Vollidiot. Nein, der Krage hat meinen Plan durchschaut. Ärgerlich. Das war nicht so gut. Das war mal, ah, ah, funny. Mit rein da in die Olga. Ich muss hier gerade selber treffen, weil ich kriege ein Stack, wo mein Duck Harvest. Alter. Ich wollte ihn retten. Ich hab schon zwei Stacks. Ich bin tronk. Ich bin tronk. Oh, lol. Nein, das ist unfair. Leasen. Nein, der Krage hat ja noch ein AP. Ich komm nicht ran. Ich bin zu kurz. Ach, fuck, er bin tronk. Es gibt die Deutschen, oder was? Einmal. Hä? Ich schweige, ich kippe das Gebüsch. Er auch. Ich muss beide testen, ob da einer drin ist. Oh. Wurz getroffen. Ein Flash raus, easy. Warte, ich rippe. Jetzt Base, ne? Okay. Okay. Ich hab da Kabe-Stack, ich bin flügt, 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 flügt. Damit ihr mich nicht so hört. Damit ihr mich nicht so hört. Mein Spaziel, Alter. Bin wirklich gestorben. Krieg halt kein Geld zusammen so. Kann man aufstehen bleiben. War halt richtig kacke gespielt von dir. Ja, war's auch. Hätt immer noch nicht damit zwei Mann. Ich? Jetzt. Guck mal, ich kann die slaunen, damit du rankommst. Lass ihn ließen. Uh, was? Ich fahre außerhalb der Range. Ich schwör. Du Verkleber. Ich kann die halt einmal so slaunen, dass die rückwärts laufen. Ei, au. Aber... Hat nicht so gut geklappt, Peter. Dinger, das ist ein Berserker. Oh, mein Gott. Egal, ich kann die Minutes klären. Alles gut. Äh, ich brauche mal Items. Aber ich hab noch nicht genug Gold. Äh, ich hab noch nicht genug Gold. Äh, lol. Für sich hab hier so ein halbes Maschinengewehr, ey. Ja, das geht leider nur, wenn ich stehen bleibe. Da ist einer drin im Gebüsch. Boah, beide sogar. Warte, was macht der denn da? Der Braum ist da gesagt, der gehörte gar nicht hin. Ich treffe einfach nix, ey. Und nicht mal davon die Hälfte. Oh, warte mal, du bist tot, ne? Ich sollte nicht so weit nach vorne fliegen. Vielleicht nicht. Ich hätte gern Level 6, dass ich überall ganken gehen kann. Dein Gift ist übrigens echt ziemlich unfair, weil das sieht man voll schlecht. Mein Problem. Ey, au, au, ey, au, au. Ähm. Tschüss. Tschüss. Ach, schön mit dir. Ja, gargasse, so rüßt fast WIP. Was ich dir mal gesagt haben. Falls du da Interesse hast. Wart noch nicht so. Alter, es kann doch nicht wahr sein. Was geht denn zuerst, mein Zurückschmeißen oder mein Gift? Ich glaube, mein Gift. So ist ja aus. Macht beides Damage. Zurückschmeißen macht halt im jetzigen Moment Damage, wenn du wirfst. Und das Gift halt over time ist halt. Guck mal, was denn mehr gefällig ist. Over time oder jetzt auf einmal Damage machen. Ich glaube, das Gift an sich ist wesentlich interessanter. Ja. Okay, einfach durchziehen. Das hätte übrigens ziemlich gefährlich sein können, weil du neben mir dir draus geschützt hast. Und vorher war ich geschützt durch Minions. Oh. Upsi. Aber egal, easy. Oh, oh. Ähm. Bin tot. Hab auf. Das war super dämlich, Alter. Da kommt ein anderer raus. Zwei Gegner. Am einen Punkt. Das ist nicht gut, habe ich gehört. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt nur noch Rabadons. Du kannst ja auch die Maske holen, dass du Damage over time die ganze Zeit nebenbei machst. Du kannst diese Lündrias oder was? Ich glaube, dann hole ich mir die Lündrias und dann gehe ich rum auf Tanki. Dann kannst du auch noch Rileys, wodurch du auch relativ denkig bist, über Leben und so. Und du slaust auch noch mit deinem Gift nebenbei. Der Volt. Ich auch. Der Volt noch mal, werde ich dann super schnell. Ja. Und du hast Leben und mannereck, glaube ich, oder so. Mannereck ist ja uninteressant. Ich würde sagen, hä, was warum, aber... Ja, durchaus. LOL. LOL. Oh Gott, ich habe mir Gift wieder ausgemacht. Idiot. Nicht Idiot. Ich habe die Lowie außersehen getötet. Die wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich dir helfen mit meiner Ulti. Und dann habe ich einfach unten auch ein Bottler in die Lowie getötet. Ich war so random aus dem Nichts. Oh leu. Wann, warum mache ich denn mein Gift wieder aus? Ich bin so ein Spacko, ne? Weil du das ein Skill ist, hier nur drücken kannst. Ja. Gerade bei Stray den Kragas getötet. Wie auch immer, der weiß ich, wie viel Leben der hatte. Nicht mehr viel. Ich kann dir in zwei Sekunden helfen. Jetzt kann ich dir helfen. Ich bin klagen für die Leben. Leu. Haus, das ist possible. Oh leu. Leu, was? Ich glaube, der hat mich angezündet. Ich habe mich angezündet. Ne. Was hat mich getötet? Sein Fass? Keine Ahnung. Ich habe gerade fast den Braum noch getötet, wo der angekommen ist. Das war ziemlich lustig. Der da. Der Braum? Erholten. Oh mein Gott. Tschüss. Ich sterbe immer nur. Aber egal, wenn meine Ulti könnte ich dann dauernd Leute tot sein. 1, 10, 8, Alter. Das ist gut, oder? War gut. Weg mit dem Power. Okay. Langsam mal angreifen, so als Nicadela denkt sie. Ah, die Curry. Es kommt gar keiner mehr zu uns. Ich glaube, ich will sie wahrscheinlich zu Low Cap oder so. Oh, einen habe ich ziemlich lau gemacht. Da habe ich es wegbekommen. Leu, ich bin damit schon auf der Tower, bitte. Tower Agro? Au. Ich habe Tower Agro wegen meinem Gift. Ich bin so dumm. Alter. Ich war gar nicht mit meiner passiven. Ich drücke auf Sonja aus und denke mir, hä, warum kann ich das nicht kaufen? Die Frage hat auch heftig viel Damage gemacht, ey. Ich habe versucht einmal nur wegzulaufen, hat nicht ganz geklappt. Oh, listen, du bist tot. Nein, der hat sich geheilt. Oh, ich habe so einen Braum getötet. Das ist so geil, wenn irgendwer anders töten willst, oder irgendwer anders anders stirbt. So randommäßig. Bam. Das ist ein Geilgas. Ist auch gesehen. Oh, Leute, da ist irgendwer, der sterben will. Der mich aber auch trotzdem fast getötet hat. Ich bin so ripped. Tschüss. Ich habe ihn getötet. Nein. Der hat mich getötet. Mit der scheiß Stun-Bubble. Ich wusste nicht, weil das die Damage macht. Ei. Da ist nicht, glaube ich. Hier ist. Okay. Ich muss halt jetzt auf Tanki kaufen, das geht nicht mehr anders. Äh. Panzer des Toten, Mann. Er ist gut. Ich habe nur eine Panda. Los. Braum? Fast. wir können baron machen aber ich weiß nicht ob wir das machen sollten gute frage das war nicht nett büsi büsi ihr macht das schon ich glaube an euch team das reicht einfach nur blöd durch die gegend laufen aber nur auf meine ulti warten ja bei dir reicht es machst du dann oben oder brent hat gegen den graf verloren da noch mehr komme ich gehe mal lieber wieder ich habe so egal das ist schon ziemlich nice wenn jemand einfach aufhalten die man einmal er drückt hau du blegat du es r lol der kraker hat mich gerade one-shotted der ist fies und gemein alter ne grager rastet richtig aus alter der richtig abnormal ja ich glaube der ist ziemlich fett ne sowas aber auch äh fuck ich schlafe ich bin gestorben oder einfach nur den gragers töten aber ja hell fu classic schlafen hallo VAPS ust holen es gehe mit das böse menschen da waren gragas übrigens den auch gerade aber noch irgendwas anderes was mit der mensch gemacht hat aber der da doch wenn der tägliche für so bedingt der pdf das wurde ich jetzt auch als nächstes aber brent mal einfach oben weil er weißt du denkst du so er geht auch weiter machen können wir einfach keiner auf dem weg denn es war doch so 300 gold mit viel zu viel gold ist auch tank dann tue mal ruhig ich habe eine wichtige aufgabe ich muss ihn mal herdrücken auch ja 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 das geht nie ab lol das tut ja immer noch ein fass laufen von ihm das hat es nicht gebracht oder tag eingetötet drauf geschissen hauptsache eingetötet dachte ich könnte mehr töten wochen bricht der kragas sich auf der zwei hat oder was ein team hat einen turm zerstört ich komme zu dir oder das ist ja am leben ich habe angst ja dann kommt zu mir er kommt okay schön mit dir ich kann so ständig mein sohn jas zünden leider verkauft hat so auch gott da kommen noch mehr ich bin weg juli die ist fast tot die lowe der kraker fauch aber ich ärgere die gerade die ganze zeit ich lege meine pünze dahin wo er langlaufen will schafft das ich hab ihn gut gemacht aber ich hab ihn gut gemacht sorry boi Das war gut. Ich kann einen Barrel machen. Jesus Christ, das Team. Ich habe hier eben schon gerade solo versucht. Ich habe hier auch gut damage gemacht, aber ich kann hier nicht denken. Ich weiß nicht, was du machst, aber wir sind alle weggegangen. Ich weiß. Lass mir aber alle einen Stich hier. Ich weiß nicht, was ich back zu Hause machen soll. Ich habe 2.300 Gold und kann nichts mehr kaufen. Also ich kaufe ein Tränke. Ich habe hier noch eine Hülle, Willi. Das ist hoch, Junge. Ich habe einen Herod, der macht einfach den Tower da weg. Nein, ich habe keinen Sohn, das stimmt. Da war ja, das habe ich auch gekauft. Hä? LUL! Den habe ich ja gar nicht mitgekriegt, Alter. Deadplot twisted. Wo? Ich dachte halt, hä, haben die aufgegeben oder was? Ja, haben die auch gerade gedacht, hä? Und dann denkt sie einfach, oh, wir fangen, ich gehe mal unten durch. Oh, lol. Ich habe eine Däpfchenkapsel gekriegt, weil ich ein Level abgekriegt habe. Grafik. Leute, Alter, wie viel Däpfchen Kragas gemacht hat. Das ist doch voll krank. Junge. Überleg mal weiter, ich verteile permanent über die Map alle 30 Sekunden gefühlt. Ich wollte gerade sagen, du hast den einzigen Däpfchen, die du gemacht hast, war doch durch deine Ulti. Und er hat genau so viel Schaden gemacht. Das ist halt super krank, ey. Das ist eine krasse Nummer, Alter. Uiuiui. Okay, ey, dann aber auch sagen, vielen Dank fürs Zuschauer, von der Kommandant, würde ich mich über die Werte kommentar freuen. Ich hoffe, ich habe jetzt noch wieder bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.